Hoch in den peruanischen Anden entspringt ein Naturschatz von unschätzbarem Wert. Es ist das Wasser, gespeist durch Gletscher und Niederschläge, welches sich seinen Weg talabwärts zum Pazifischen Ozean bahnt. Lima ist als Megacity mit mehr als acht Millionen Einwohnern inmitten einer der trockensten Wüsten der Welt hochgradig von dem Wasser seiner Andenflüsse abhängig. Der wichtigste der Versorgungsflüsse und die Lebensader Limas ist der Rio Rimac. An ihm ist bereits heute gut zu erahnen, welche dramatischen Folgen der Klimawandel für Lima zukünftig haben könnte. In den trockenen Wintermonaten führt die Wasserentnahme bereits dazu, dass nicht viel mehr als ein Rinnsaal seinen Weg in den Pazifik findet. Wir sind hier im oberen Flusseinzugsgebiet des Rimac. Und dieses ist nur ein Beispiel für die verschiedenen Gletschergebiete und Stauseen, Seen, die letztendlich alle in einem großen system, hydrischen System, an den Rimac angeschlossen sind. Die Problematik, vor der wir stehen und weshalb wir auch hier sind, ist die, dass im Zuge des immer weiteren Bevölkerungswachstums in Lima, also einem immer erhöhteren Wasserverbrauch und gleichzeitig eben der Folgen des Klimawandels, in dem Fall eben der Gletscherschmelze, die wir hier Gletscherschmelzmuster in den gesamten zentralen Anden finden können, die an vielen Stellen bereits nachgewiesen worden sind, eben nun uns fragen müssen, was passiert in Zukunft mit der Wasserversorgung Limas, wenn die Gletscher immer weiter abschmelzen und diese Speicher, diese virtuellen Wassertürme, diese Wasserkörper nicht mehr vorhanden sind eines Tages. Doch wird der Klimawandel Lima nicht nur neue Probleme bescheren, er wird ebenso die bereits vorhandenen weiter verstärken. So ist das fragile Gleichgewicht der überaus wichtigen Bezugsquelle Grundwasser zusätzlich durch den Klimawandel gefährdet. If we take a look of the characteristics of the groundwater in Lima from the 75 until now, there was a trend of groundwater depletion within the aquifer, which means saline intrusion, because there was a huge use of groundwater, more than the groundwater available, which means at the same time the two big rivers, the river, the Chijun River and the Rimac River, had not enough water to provide for the aqueduct. Then the aqueduct had to use pumping wells to provide the population. It is a huge amount of water that needs to be used to fulfill this gap provided by the rivers. You have rivers, but you don't have enough water coming from those rivers. Then you have to use groundwater. That's why it's so important. And this is even more important because we are in a really arid area and a huge population. Is Lima also ein Wachstumszentrum, dem in naher Zukunft das Wasser ausgeht? Das 2008 ins Leben gerufene LIVA-Projekt setzt auf deutsch-peruanische Kooperation, um die pulsierende Metropole für die Herausforderungen der sich zunehmend verschärfenden Wassersituation zu wappnen. Wir haben uns als LIVA-Projekt zum Ziel gesetzt, Beiträge zur Lösung der Wasserproblematik LIMAS unter den Vorzeichen des Klimawandels zu erarbeiten. Dazu arbeiten wir am Gesamtsystem LIMAS. Das heißt, wir betrachten sämtliche Aspekte, die mit dem Wassersektor zu tun haben. Zum Beispiel Aspekte der Modellierung, Wassertarifgestaltung, Governance-Strukturen und Szenarien, sowie Stadtplanung und dem wichtigen Thema der Fort- und Ausbildung. Dabei messen wir dem Thema Abwasser, insbesondere bei der Erarbeitung der Lösungsstrategien, eine besondere Bedeutung zu, weil dieses Thema bislang in Peru, in Lima in speziellem, keine größere Bedeutung zugemessen wurde. Lima ist vielleicht die Stadt, die weniger beschäftigt sich beim Tratement der Rehabilitationen. Das heißt, wir sind in einer aktuellen Situation, in der nur 15% von den 15% der Klimawandels zu verabschieden. Das bedeutet, dass es ein Problem ambiental und auch sehr wichtig ist. Es eine Stadt, die in dem desertiert ist, und deshalb hat es wenig Wasser und weniger zu regieren. Lima hat nur 1.5 m2 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 m2, während Hamburg hat 34 m2 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 m2. Die Organisation Mundial von der Salud hat eine 2 m2 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 m2. Sin embargo, las aguas residuales serían realmente la solución. Si nosotros incrementamos el tratamiento adecuado con una calidad apropiada de estas aguas residuales, fácilmente nosotros podríamos triplicar las áreas verdes que actualmente tiene Lima. Una amplia acuación y la acuación de agua, podría ayudar a las problemas de limas en determinante tamaño. Con esta información se organiza el programa de lima, para que el sistema de agua, para que el sistema de agua, el sistema de agua, el sistema de agua, el sistema de agua. Como parte del convenio de lima con la Universidad Nacional de Ingeniería, ist ein Plan der Kapazität für eine große Probleme zu lösen, die unser Land hat, in dem Thema der Tratation der Wälder. Wir organisieren diesen Kursum mit der Universität Ausfalia und sehr capacitiert und sehr interessiertes, wie der Dr. Arthur Mennerich und der Ingenierer Sascha Ogasa. In Zusammenhang mit den Universitäten der Ingenierer und den Kursum haben wir den Kursum mit dem Kursum mit dem Kursum und wir versuchen, die Qualität der Wälder, die wir in den Kursum und die Kursum, die wir in den Kursum, die wir in den Kursum, in der wir uns unterstützen, um die Ausfragen zu reduzieren, die wir in den Kursum, der wir in unserem Land haben. Wir haben auch die Glück, mit anderen Ländern, Das reflektiert die Wissensvermittlung der Wissensvermittlung, nicht nur an der nationalen, sondern auch an der weltweiten Welt. Neben der Herausforderung der Wissensvermittlung spielt auch die Stärkung des institutionellen Gefüges LIMAS eine wichtige Rolle im LIVA-Projekt. Nur durch eine funktionierende Kooperation zwischen den relevanten Akteuren wird zukünftig ein effektives Drink- und Abwassermanagement für LIMAS möglich sein. Wir haben eine gewisse Information técnica, Oficial, die aktualisierte, ordene und fiable. Oder wir haben auch Probleme mit den gleichen Autoritäten oder Funktionären. Das ist ein sehr Problem, das sich vor allem, das sich zu beschäftigen. Der andere Problem, die mit der Institutionheit, ist die Stärkung der Stärkung des Actoren. Esto ocurre dentro del mismo gobierno y también en la relación entre el gobierno y la sociedad civil. Y el tercer problema relacionado con la institucionalidad tiene que ver también con que hay muchos actores involucrados. En el tema del cambio climático y el agua en Lima participan por lo menos cuatro ministerios, varios gobiernos regionales, varias municipalidades provinciales y locales, Sin contar la gran cantidad de organizaciones, de sociedad civil que existen y que están involucradas en este proceso. Lo cual hace que sea muy difícil llegar a niveles de diálogo y de concertación para una ciudad que tiene más de 8 millones de habitantes. Entonces, de alguna manera, estos tres problemas configuran uno mayor que tiene que ver con la institucionalidad política acá en el Perú. Y eso es un problema también, o una traba, para enfrentar los retos del cambio climático y sus impactos en el tema agua. So komplex die Probleme auch sein mögen, vor die der Klimawandel Lima stellt, so ist das LIVA-Projekt doch ein wichtiger Schritt, die Megacity auf ihre unsichere Zukunft vorzubereiten. The significance of this LIVA-Projekt would be that you have a multidisciplinary team. I mean, you have hydrogeologists, you have architects, you have engineers, you have sociologists, you have anthropologists, and you have land planning people. And you have, of course, from this side, the know-how from an experience from the Germans, which is supporting this project. And you have the experience from the people working here that know the environment, know the real issues. Of course, you put also the different institutions dealing with the problems of water here in Lima, let's suppose the municipality, the authority of water, the meteorological institute, the geological survey of Peru. And then you put together all these people in a basket to try to find a better solution. That's why this project could have a really, really impact in the probable solutions for Lima. Of course, this is a political decision, like every environmental decision is a political decision. But if you have experience for different areas and branches, then you could have a good result. And you could have a good result.